Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr.Venom1974 und wir sind wieder bei Annas Quest und jetzt gucken wir mal, ob wir dem Teufel mal richtig hier mal zeigen, wo er die Hörner hat und so. Oder irgendwie. Ich bin mal gespannt. So, dann legen wir mal los. Bin gespannt. Ich bleibe dabei. Was ihr gesagt habt, so einfach wird das nicht sein. Mach doch, klopft doch mal, Anna. Trau dich. Hallo? Mr.Double? Das Mehl-Riddle. Ich könnte die Antworten haben. Vielleicht? So, ich sehe. Sehr gut. So, dann, Anna. Wenn ich eine Mehl-Riddle machen würde, was meine Mehl-Riddle wäre? So, das hatten wir ja. Den Hai hatten wir ja. Ein totes Haar-Fisch aus dem großen Nordsee. Ist das von any chance das Fleisch für euer Essen? Wie? Sehr gut. Ich habe es richtig bekommen? Aber, welche Spiegel will ich nutzen? Welche Spiegel? Hä? Hä? W-w-well, ähm... Jetzt haben wir ja eh alle Sachen. Ja, eine Rippe sieht ja so aus wie... Ja, kann man... Also mit einem Huf. Ne, die Rippe wird es sein. Die Rippe eines Wehl. Könnte das für eure Spiegel? Vielleicht... Wie? Es ist unmöglich. Äh, ich habe meine Wehle. Weinglas... So... Solved, oder? Nicht so schnell. Du hast vielleicht Glück gehabt mit dem, aber du wirst nie wissen, was mein Weinglas sein soll. Ah, wirklich? Jeez. Okay, okay. Lass mich sehen. Weinglas? Huf, ein altes Pferd? Ist das ein Wein? Ich meine, das ist die einzige Option, die wir jetzt noch nicht hatten. Die würde ich jetzt auch gleich nehmen, aber... Das muss man ja verstehen, wie sowieso Weinglas. Ein Huf ist ja irgendwie offen. Also... Da kann man auch nicht wirklich was reinfüllen. Verstehe ich mich. Ein Huf, das ist sicherlich für das Weinglas. Right? Right? I mean, I'm not sure why someone would use a horse's hoof, of all things, but... Yes, yes. You are correct, Anna. Well done. Yes? Yes! Haha! Yes, yes, yes! Silence! I'm not sure how you did it. But you have solved the riddle. Well done. Uh, thank you, mister. Well, since you somehow solved one already, the remaining is as follows. If better than the devil you know, they say. Then tell me, Anna. What do you know of the devil? What? Was ich weiß, über den Teufel? Hey. Den Vergeg verstehe ich jetzt auch überhaupt nicht. That riddle about knowing you. Well, there's one thing I've learned about you at least. Might I be able to interest you in this suspicious piece of greasy leg meat here? Yummo. I... Leave it here and be gone with you now. Return later. I have... Business to attend to. Business? But... Hey, didn't I solve one of the riddles? Close, but not close enough, I'm afraid. Be gone! Hmph. How rude. Dude, how am I supposed to see him eating when he shuts me out like this? Moment. Moment, wie kann ich ihm mit Essen zu tun? Uh, hello? Mr. Devil? Aha, just like the wizard's story. Spy who lighteth the keyhole the devil eating. Let's see what we can see. Hmph. I think... I think I see something this time. Something seems... Different. Hmph. Hmph. Ah! Ah! W-What? What was... That? The devil? That was him? That was... I... I know him now. I... I... I know the devil now. You mean... You've looked upon me eating and... You're excited? Of course I am. I did it. I solved one of your riddles. I do know the devil after all. I do know the devil after all. And now I'm one step closer to saving my grandpa again. You're an interesting girl, Anna. An interesting girl, indeed. Very well. You have solved the riddle, as you say. You looked upon me. No more needs to be said. Is... Is that it then? I solved both of them, right? Do you understand? It seems to me you are still lacking the necessary paperwork. No, wait. You said you'd have them written up. But, Anna, I did have them written up. Whether you can obtain them, though? Oh, for your little adventure to come to an end over administration issues. How unfortunate. I'll get you your form. You're a sneak and a cheat. But I'll get you your form. If you say so, off with you now. Okay, das war klar. Warum bin ich überrascht, dass man dem Teufel nicht trauen kann? Das ist irgendwie auch irgendwie ein Widerspruch. So. Umgehen wir mal zum Verwaltungs-Heini. Hi, zurück wieder. Ja? Hallo? Hast du das Grupperexplattform für mich? Indeed. I've been asked to work on it straight away. Which I was doing before you interrupted. Oh, sorry. Well, uh, can I have it, please? After I finish amending it, a further 200 to 300 days of processing are required before the form can be shipped out. That's ridiculous. My cell is about 30 paces from here. Can't you just hand it to me? Rules are rules, inmate. You don't deserve any special treatment. Ugh. The devil did this intentionally. I'm sure of it. He's such a, a, a big fat lying trickster. Such language. Now, if you'll excuse me, I have a group release form to finish amending. Okay, okay, jetzt reicht's. Oh, I'll leave you to your work then. Jetzt kann ich's doch mit Sicherheit umkippen, jetzt reicht die Scheiße doch. Hm, vielleicht, wenn es ein bisschen messer geworden ist, komplett mit accidentlich, natürlich. Dann, vielleicht, könnte er es rauskippen? Und dann, vielleicht, könnte ich einen kleinen Peek in his Paperbin nehmen. Ich gehe davon aus, so einfach wird's mit Sicherheit nicht sein. Aber es geht schon mal. Äh. Na, kommen wir mal in den Torn? Okay, jetzt muss ich mal alles wissen, wie die fangen. Wir gucken nochmal, weil... So, aber der Tornweg war aber auch lustig. So. Ähm. Der Weg ist ja jetzt gott so lange nicht soweit. Ähm. Ich bin wirklich sorry. Ich muss deine Kälte umgeheben, nur noch einmal, okay? Nicht zufrieden, alle. Wenn das funktioniert, ich werde uns alle sehr schnell retten. Fangen wir einfach mal mit der Einstellung an. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich das irgendwie erkennen kann. Sollte. So, nächster Versuch. Okay, also der kann's nicht fangen. in der Position. Das heißt... Ähm. Ähm. Der ist zu hoch. Das ist die Grundstellung. Das kann also auch nicht passen. Ähm. Ich finde, das ist die Grundstellung. Ja. Ja. Das ist die Grundstellung. Ja. Das ist die Grundstellung. Das ist die Grundstellung. Okay, die Position ist auch falsch. Das heißt, du musst ganz nah runden. Nächster Versuch. Ich meine, das ist ja spiegelverkehrt, ne? Der rechte ist ja eigentlich der linke. So, also machen wir den jetzt mal nach unten. So. Ich sehe noch nicht den Trick, wie man das irgendwie rausfinden kann, außer mit Try and Error. Aber, ja, mal gucken. Also der ist auch zu tief. Die Anstellung haben wir doch schon, ne? Äh, was ist denn, wenn wir den ganz nach oben packen? Also ich sehe da wirklich keine Logik. So, nächster Versuch. Dann machen wir den mal. So, halt. Ich gehe immer da raus. Los, nochmal. Lass die Position mal sein. Mal gucken, was da ist. Hey, stop that. This isn't your person. Ja, ja, ja. Schnauze. Lass mich mal machen. Also der in der Mitte ist es auch nicht. So, wir testen das jetzt mal. Mal, ich weiß nicht, ob die eine, ob jetzt ganz, also was wir jetzt sehen, ganz rechts mal in Ordnung ist. Aber. One out of three. Not bad. I nearly had that form's adjustments finalized, too. Back to it, I suppose. So, I suppose. war die position schon ok jetzt haben wir so eine treppe dann ist das die logik also das ist es auch nicht super die schon ich sehe da keinen unterschied hat mein klar wie unter dem bild aber das jetzt klappen sollte bingo bingo okay okay Ja, genau. Ich kriege alle anderen aus diesem Ort. Ich muss nur den Devils Signature bekommen und ich bin auf meinem Weg. Nein, ich könnte ihn schmerzen. Es wäre jetzt nicht... Leider soll sich viele Chineser anwenden. Wie soll es den hier anwenden? Endlich. Ich muss nur... So. Hey, schau, schau. Ich komme aus hierher. Oh? Aber wie hast du... Hm. Das Problem ist nicht ohne den Konsent des Teufels. Gute Glück damit. Okay, gut. Das holen wir jetzt natürlich. Das kriegen wir auch noch hin. So. Guten Tag. Teufel. Ich bin hier. Das ist es. Ich habe alles, was du mir gefragt hast. Und ich habe die Papiere für meine Verlust. Siehst du? Du... Du hast sie verletzt. Es gibt keine andere Weise. Du hast mir gesagt, dass ich die Papiere bringe, und das ist das, was ich habe gemacht. Impressive. Ich kann auch so viel sagen. Du hast wirklich gut gemacht. Aber... Du hast mich noch zu überzeugen von deinem Innocent. In Fall, dass du es vergessen hast. Hey! Du hast gesagt, ein Deal ist ein Deal. Du hast gesagt, dass du mich verlassen hast. Oh? Also? Ich bin nicht sicher, dass ich mich noch zu sagen, dass deine Verlust nicht verletzt wurde. Du hast? Einmal. Das ist alles. Das ist alles, was du bekommst. Invehligst du das, du hätte zwei Fälle gewangen. Und ich habe keine Wahl, aber zu entspannen, dich zu, zu dir in der Rückmeldung für die Resten der Tage. Du verstehen? Ja. Ich glaube, ich verstehe, Herr. Good, good. Proceed. So. Um. So. 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 And then, you know, you can't begin to. Because, I have to stop Winfried. She's a trickster. An evil witch. With wicked evil plans. Perhaps. But a queen to be nonetheless. Furthermore, haven't you been a... No. I... I have faith in people. Even if... Even if they are rude or mean or selfish. There is always good somewhere inside. Anna ist eine Gute, um das hier mal ganz klar zu sagen. Das ist, äh, da hätte ich schon zu anderen Methoden gegriffen. Ich glaube, gut, das wisst ihr ja von mir. Du wirst mich erwartet? Gehen hier war nicht einfach. Nichts hat es gemacht. Und jetzt, jetzt habe ich mich verraten, um zu retten, meinen Vater zu retten. Aber Anna, jedes Mal, wenn du gut versuchst, sind die Bühne zu tun. Ja, ich war mir selbst schuldig. Ich dachte, ich verraten Papa, aber jetzt weiß ich, es ist schuldig, zu fühlen, was passiert. Ich... Ich werde niemals auf ihn verraten. Nicht jetzt, nicht immer. Du denkst, dass du dein Weg aus deinen Aktionen kannst? Hm? Und diese guten Menschen-Dribbel. Juste mal auf alle verraten Vertrauen, die du hast. Die Welt ist schuldig, Anna. Egal, vain, selbst. Ihr Vater kennt so viel. Er hat dich aus dem, hat dich beschädigt. Aber jetzt hast du es gesehen. Und jetzt hast du es gesehen. Sometimes... Sometimes sogar Grandpa nicht richtig über alles. Der Welt ist nicht mean. Es ist nicht selbst oder vain. Es ist groß und broad, und voll von verschiedenen, interessanten Menschen. Der Welt ist gut. Es ist einfach, dass... Sometimes... 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 So all people need is a little faith in them. No matter how bad they are, you just need to look for it. Und Winfrieda are. You know what? Yes. Yes, even Winfrieda. Wenn ich ever hope to have her reverse Grandpa's curse, dann... I have to believe it. Anna. You said you had others to add to these release papers. Wait. Really? Really? Yes, yes. Let me see. The Wizard of Wunderhorn. The Gardener. Uh... The Mama Bear. Papa Bear. And the Baby Bear. Ah, yes. The Man in the Gallows. I'm not sure what his name is, but he's still down there. So be it. You and your friends. You all have your freedom. But heed my warning. You cannot defeat Winfrieda. It is not in you to do so. And she will overpower you without hesitation. You walk out of this dungeon to your own assured demise. I... I have to. For Grandpa. I have to try. Against all the odds, in the place where none resided, the brave young girl had found hope. The warnings were given. The danger made clear. Yet still, Anna pressed on to that castle all the same. But deep within, evil plans were becoming realized. A dangerous power lurked real. Confrontation loomed. The whole truth to be realized. But only one would survive on that sad, fateful night. Kapitel 5 Das Urteil der Königin Oh, yes. There it is. We finally made it. The royal castle. Somewhere in there is Winfrieda and Ben. And maybe... Maybe an end to all of this. Wait... Wait, wait, my dear. Phew. I understand you were determined to get here quickly. But... I had no idea. How quickly you forget I was running all over the countryside for that flower of yours. Oh, dear. I'm still curious, though, Reynard. All the others were happy to part ways after we all left the dungeon. Yes, well, I... have my reasons to follow. Nevertheless, I shall go no further into these grounds. But pray tell, my dear. What do you plan to do from here? This is quite a delicate situation you find yourself in. Yes. Yes, it is. I think... Stopping Winfrieda becoming queen is the most important thing. Indeed. Who knows what might occur once Winfrieda steals that position of power. Your grandfather's curse, though? That... will come in time. I have one idea. But first I want to look for the missing queen. According to the wizard, only she can stop Winfrieda peacefully. So... So for now, I think the best thing to do is search for clues. She was lost in this very castle. There has to be some trace of where she went in here. Indeed. The chances are perhaps high. However, in failing that... Failing that, then... Then... I guess I'll have to be the one to... Never mind, my dear. Let us do our very best in finding our last queen. Shall we? Exactly. Sit tight, Reynard. I'll let you know, if I find anything. Good. Then I would say, we'll end here the episode. Welcome to Chapter 5. Let's see what you are now waiting. I'm your Mr. Venom 1974. See you next time again. Bye. 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 Bye.